Das ist der schlechteste Faker, den ich je gesehen habe. What the fuck? Was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem... welchem Video? Dritten Video? Ne, vierten Video. Und auf jeden Fall, wir spielen jetzt ganz normal Stadi Survival Games und ich habe jetzt beschlossen, diese Serie in Downy Games um zu benennen. Mir hat das Ganze der Nyx von Rotpilz, Broken Thumbs, Revi, TS, keine Ahnung, der ist überall unterwegs, der Junge. Da heißt es einfach Nyx, N-U-X. Auf jeden Fall hat der mir den Namen vorgeschlagen und ich werde ihn jetzt auch einfach benutzen. Und auf YouTube heißt der Typ Riper PvP, also Props an dich, Brudi. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt ganz Stadi Survival Games und ich habe jetzt diesen Skin hier drin, den hat One Ace Army gemacht. Noch gefällt er mir ganz gut, aber der Down-Syndrom-Skin, da bleibt natürlich für immer in unseren Herzen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch wieder reinnehmen, aber jetzt spiele ich erst mal mit dem Skin, den One Ace Army gemacht hat, weil der sagte jetzt echt, äh, keine Ahnung, wie lange dran. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt in eine Lobby und wir sehen uns da drin. Bestleich! So, da sind wir auch schon in Grimm und ich werde gleich ein paar Sachen ansprechen, aber zuerst holen wir uns natürlich die Kisten. Äh, yeah, na, aber auf jeden Fall ein Schwert. Und ja, auf jeden Fall, wir stehen ja kurz vor den 100, bis 100 ist es noch ein Stückchen, noch 14 Oponenten. Aber ich glaube, die sind, äh, wie nix schon da und auf jeden Fall wollte ich mich dafür auch bedanken, weil das ging so ultra schnell. Und ich hole mir den jetzt mal, so zack. Auf jeden Fall, das ging so ultra schnell, bevor ich überhaupt ein Video hochgeladen habe, hatte ich schon 35 Abonnenten. Und jetzt, äh, wo ich vor einer Woche ein Video hochgeladen habe, dann sind es einfach auf 86 gestiegen. Und das ging jetzt einfach so ultra schnell. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit irgendwie 50 Abonnenten dazu bekommen. Und, ähm, das ist einfach nur richtig krass und ich wollte jetzt einfach mal fragen, warum ihr mich überhaupt abonniert habt. Weil das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er mich entweder mögt oder ihr mich einfach nur aus Prinzip abonniert habt, weil der Karl mich immer verlinkt, wo ich dabei bin. Und, ja, das würde mich einfach so interessieren. Und den holen wir uns jetzt mal. Ah, den haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Easy. So, zack. Ja, weil der Karl mich auf jeden Fall überall verlinkt und, ja, ich wollte einfach mal wissen, warum ihr mich denn überhaupt abonniert habt. Und, ja. Oh, da, 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 da. What the fack? Hat er mich mit der Hand zerboxt? Was? Hure Oh lol Guck ich schon her Das ist der schlechteste Faker den ich je gesehen hab What the fuck? Was? Und es schreibt schon einer ungespielt Ja! What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Das ist so unglaublich schlecht Guckt ihr euch an Guckt ihr euch an Und die ganzen Kinder schreiben ungespielt Ja! Endlich hab ich euch getroffen Was zum Fick ey Wenn ich aufnehme, da passieren echt die krassesten Sachen Sehr Mal Kühen Oh nein! Oh yeah Ich dachte schon Links ist einfach ein Schwert Keiner nimmt es und ich klick die ganze Zeit rechts rum Weil ich die scheiß Eisenschuhe will What the fuck? Und ich habe gar kein richtiges Thema Aber ich wollte noch was fragen Und zwar Habt ihr ein Format für mich Was ich machen könnte? Weil bei sowas bin ich echt unkreativ Und da wäre ich euch dankbar wenn ihr mir schreiben könntet Was ich machen könnte Man wehe alter Wenn ihr mir schreiben könntet Was ich machen kann Weil bei sowas bin ich echt unkreativ Und auf jeden Fall Ich würde ich glaube so ein Format Das würde viel besser ankommen Als jetzt einfach nur pvp Und Deswegen schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare Was ihr denn sehen würdet Was ihr mir vorschlagt Was ich denn machen könnte Oh ich habe schon ein idea So Dann snacken wir uns mal den Berg da oben Weil da oben sind immer Kisten Oh nein 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 Mein Leben ist nicht voll Mein Leben ist nicht voll Oh dann verarschen wir den Verarschen wir den verarschen wir Nein Mann Ich möchte mit dir Team machen Und du möchtest mich einfach töten oder was Du Missgeburt Nein 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 Der ist genau hinter mir Mann Ich verpiss mich Nein 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 Ah fuck Leider haben wir jetzt das Steinschwert nicht bekommen Aber dafür eine schöne Eisenbrustrückenpanzer Und ich habe auch gar keine Ahnung über was ich reden soll Wenn ich ehrlich bin Ich habe jetzt einfach so planlos Ich gestern kann mir auch kein Video Dafür entschuldige ich mich auch Ich habe es leider aus Zeitgründen nicht geschafft Und auf jeden Fall nehme ich jetzt richtig spontan auf Und ich habe nichts vorbereitet Und jetzt weiß ich nicht über was ich reden soll Aber ich rede einfach mal über das Gameplay So Eigentlich ist es immer eine schlechte Idee In den Häuser reinzugehen Aber Oh diesmal Ja Hat sich gelohnt Aber ein Schwert hätte ich trotzdem Gerne Ein Schwert Wehe das ist ein Team Alter ohne Witz dann raste ich so aus Oh ich habe die abgehängt Na nice Und ich muss gerade niesen Ich muss niesen Ich muss niesen Ich muss niesen Ich muss niesen Okay das war knapp ich muss jetzt fast niesen Hatte ich gestern nämlich auch Ich möchte richtig krass fett niesen Auf einmal nieße ich aber Also ich setze an so Und dann kommt einfach nichts Hat einfach abgebrochen Und dieses kribbeln in der Nase immer das Das war auf einmal einfach weg Ey ich habe so keinen Bock hier zu sterben Mox wird den Missgeburt Ja mein Gott alter Was soll ich denn machen Ich schaff Ich schaff keine Runde zu gewinnen Komm hilf mir Bruder Hilf mir Ja Ich will nicht kommen Ich will nicht kommen Ab da hoch Ich hoffe hier bin ich erstmal sicher Komm hoch Nice Jetzt decken wir uns jetzt mal den Kuchen Ey ich weiß doch gar nicht wo ich hingehen soll Mann ich kenne die ganze Map nicht Ich bin ich bin einfach richtig grad brainfucked Ich bin grad so krass brainfucked Ohne Witz Ey 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 Aber ich wollte auf jeden Fall irgendwas ansprechen Ich habe es vergessen Nein Nein verpiss dich Verpiss dich doch Wer mich killen will muss es machen und mir du Missgeburt sagten Gut gedeutscht man Ah Schon wieder die Die halb Blacky Map Ich fack mich ab Mann Ich würde ja echt gerne jemanden da dabei haben Der mit mir aufnimmt Aber ich nehme eigentlich nur morgens auf Das wisst ihr ja Und deswegen habe ich jetzt leider keinen der da ist Aber ich hoffe ich kann das auch alleine meistern Es war ein bisschen schade dass keiner dabei ist im Moment Abel Ich hoffe das wird sich bald klären in der nächste Zeit Da werde ich wahrscheinlich jemanden dabei haben Verpiss dich Und ja Arjen es tut mir leid Falls Nein verpiss dich Machen wir so einen traurigen smiley Äh der traupt mich der Huren Der traupt mich Ja der traupt mich man Was passiert wenn ich rausgehe Tötet der mich dann Tötet der mich dann Tötet der mich dann Tötet der mich dann Nein Hilfe Hilfe Wie ist der gerade Wir sind Freunde viens Freunde wir sind Freunde Ich werfe dircihn Fisch hin Nein gehweck Gehweck so endlich geht es hier mal weiter und ich werde langsam richtig kränker kranker keine ahnung wie das wie man das sagt nein nein ich packe ja toll jetzt habe ich den start verpasst ey mein gott ja auf jeden fall ich werde langsam richtig krank und vielleicht hört man das sogar in meiner stimme aber ich finde meine stimme ist immer noch einfach boss-like ein spaß ich habe voll die scheiß eigentlich aber ich werde langsam immer kranker kranker keine ahnung erkälteter und ich spüre ist so richtig kennt ihr das wird eure nase einfach immer weiter zu so die box wieder runter box ich darunter ich box ich darunter die ich kriege ich noch dich fick ich noch mein freund ich fick ich noch runter da runter da tschüss ich fick ich noch dich fick ich noch mal ja genau da fällt da runter und abpackt man kein bock jetzt falls das jetzt nicht so ein produktives video war aber ich habe mir leider keine themen aufgeschrieben und ich werde das jetzt machen weil ich für morgen noch vor produziere und ja ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst eine bewertung da falls sein lasst auch eine bewertung da kommentieren und tschüss